Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Oh Leute, das Game ist so geil. Ich steh drauf. Es ist Nacht. Wir sind in der Welt. Tunnelmord. Im Umland von Vizima. Ähm, ja wie Nacht ist es denn? Es ist 4 Nacht. Ich glaub um 5 Nacht geht's schon morgen los. Das heißt, teubütiger Hund. Oh boah, ich geh mal das Vieh erledigen. Und lauf hier mal weiter und erkunden ein bisschen die Gegend. Oder? Jetzt haben wir hier unten ja alles und dann glaub ich ja immer hoch. Das passt schon so. Hey Doggy, ich fürchte es ist dein Ende. Es tut mir leid um dich. Oh, Dame. Ey. Noch mehr? Ne, ist immer nur einer. Aus den tollwütigen entspringt immer nur einer. Ein Bargäst. Oh, ein Fass. Ein Fest hier? Kapellen, Kapellentür, dies, das, Ananas. Am besten Fangzahn, ja. Achso, ich wollt mich hier... Wenn ich schon mal hier bin, kann ich denen den ganzen Stuff klauen. Aber erstmal muss ich das ganze Zeug hier loswerden. Ähm, wo ist denn meine Quest für... Schau mal, was haben wir hier? Ich hier... Hexer. Unter Einfluss von Motogenen und Magie wird der Körper des Hexers resistent gegen alle Arten von Krankheiten bis zu dem Punkt, an dem er eine echte Immunität entwickelt. Geil. Ich kann es immer nur wiederholen. Zwerge hatte ich schon, ne? Kleiner als Menschen. Ja, genau, so das. Äh, Tutorial. Medaillons, Hexers. Ungeheuer. Haben wir auch schon. Leute aus Umlands. Die Bauern machen zwar einen mürrischen und unfreundlichen Eindruck, trotzdem hat das Umland auch seine schönen Seiten. Oh ja, es hat es. Hodo. Wessner. Ah, die hatten wir ja schon. Okay, gut. Formeln, irgendwas Neues da. Ich glaube nicht. Zutaten. Joa, keine Ahnung. Bestimmt. So, Quests. Bargästvertrag. Den würde ich gerne verfolgen. Da muss ich hin. Okay, ich gehe einfach mal darum. Ähm. Und entdecke schon mal alles. Dafür muss ich aber hier lang, genau. Die weiße Mörter nehme ich noch mit. So, wo geht's denn hier lang? Meine Freunde. Stadtwache. Hallo, hallo. Miku lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Der Wickrige sollte es das nicht wert. Die Tore sind bis auf weiteres geschlossen. Ja, geil, Alter. Es wird deine Quarantäne verhängt. Uh, das ist der Trunkene. Dann kann ich gleich den nächsten Vertrag erledigen. Ah, stimmt. Da vorne ist meine ich die Mühle. Sie meinte aber wahrscheinlich nicht heute Abend mit jetzt, sondern erst später. Ich schau mal kurz. Wir können es ja ganz leicht rausfinden. Indem ich einfach mal gucken, ob da was geht. Also, sexuell. Nö, ist nix. Ist nix, ne? Nadir? Jawohl. Das ist, glaube ich, dieser besondere, ertrunkene Tote. Ja, was wird das sein? Oha, wie viel Damage ich kassiere. Was ist denn da los? Oder habe ich den schon vorher gehabt? Oh mein Gott, wie viel Schaden der mir macht. Nein! Gegert, jetzt nicht krepieren. Ich muss noch irgendwas tun können. Einmal Ding ins rein. Nicht der Ernst. Was? Fuck. Der hat mich ja überhaupt aus dem Leben gehauen. Gott, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Äh, galalalalalal. Ja, gespeichert. 221-8. Wer ist denn das? Oh, Alter. Nicht der Ernst. Ah, ich glaube, das war... Gerade, als ich die Folge angefangen habe. Uff, hat der Damage gemacht. Damit habe ich nicht gerechnet, hey. Habe ich den echt unterschätzt, muss ich sagen. Ja, okay, wir sind hier. Press, Bargis-Vertrag, dies, das. Da ist der Tollwürttig-Kund. Ja, stimmt, ich glaube sogar, dass ich die Folge angefangen habe. Uh, zum Glück, hey. Ja, komm raus. Mach dein Ding, heul ein bisschen rum. Ja, ist hier weggeschnitzelt. Ja, komm, looten. Und dann gehst du hier direkt zu dem... Ah, ich habe noch ein bisschen Damage gehabt, vielleicht. Na ja, das soll ja keine Ausrede sein. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss dir mal ein bisschen hier mit... Art. Ähm. Wie heißt's? Zu Leibe Rücken, wollte ich sagen, genau. So, komm, ich baller mir mal ein bisschen was zum Mampfen rein. Ich heil mich grad anscheinend nicht. Lecker Schinkenbrot. Mh, nom, nom, nom. Müllertor. Da liegt noch was rum. Ist das ein Stein oder was? So, ihr habt gesehen. Ich habe jetzt hier den Buff. Aber jetzt baller ich mir auch was anderes rein. So ein Fisch. Ah, ne, der ersetzt das. Schade. Aber so ein Brötchen, das dürfte nicht stacken. Ja, was heißt stacken? Ja, genau. Seht ihr, jetzt habe ich hier zwei Buffs, die parallel laufen. Und mich mehr heilen damit. So, ich hoffe, der ist auch wieder da jetzt. Jawohl, da ist er. Der nahe dir. Uff, ich speichere nochmal. Boah, das darf ich hier nicht vergessen, hier vor Kämpfen. Der hat mir echt übel zugesetzt. So, komm mal rum hier, mein Freund. Komm ran, Nadir Abdel Farag. Komm rum. Hä. Okay, den konnte ich nicht mit einem Treffer töten. Ausweichen. Ausweichen. Au. Das weicht doch aus. Ja. Kombo verkackt. Go, go, gib ihm. Jawohl, weg ist er. Der Dreck-Sack. Weg mit euch. Zack. Und der Nächste. Gruppenkampfstil. Und gib ihm. Na, komm. Weg mit dir. Jawohl. Geschafft. Jawohl, hier. Kopf eines ertrunkenen Toten. Trophäe, die man für viel Geld verkaufen kann. Das wird er sein. Das kann ich an den Jägersmann bringen. Quest. Ungeheuer vom See. Genau. So, Überrasse plündern, ertrunkenen Gehirne, brauche ich drei Stück. Habe ich hiermit auch. Geil. Der Geistliche will das Ding haben. Sehr ekelhaft. Was will der mit denen? So, Shellkraut. Nieswurz. Und noch mehr Stuff. Gut, erstmal speichern. Nach dem erfolgreichen Fight. Dann hauen wir uns noch ein bisschen Heilung zwischen die Backen. Oder ne, komm. Ich werde das später mit speichern oder mit meditieren machen. So, Berberrohr. Ja, komm. Ich muss hier nicht alles looten. Äh, wo wollte ich jetzt hin? Äh, mal gucken. Das geht nicht hier beim Müller-Tor ab. Ich kann leider nicht überall rasten. Nur hier war nix, ne? Da ging nix. Nach dem Sonnenuntergang, hat's hier gesagt. Ja, das wird wohl Mitternacht sein, nehm ich mal an. Uh, kann ich hier vergehen? Nein. Abgeschlossen. Ja, easy. Haben wir sich mal Wachen davor gestellt. Einfach auch zugemacht. Aber abgeschlossen. Kein Problem. So, ich schaue mich gleich da hinten noch ein bisschen um. Komm, ziehen wir die Waffe. Das ist schneller, läuft's. Seht ihr, dann wird's da schneller. So ist er langsamer wieder. Zack, zack. Und in dem Kampf, die ist am schnellsten. Ich meine, da vorne war noch ein Feuer. Das heißt, ja, genau, das ist eine Feuerstelle. Da kann ich's auch gleich mal, kann ich auch gleich mal ein bisschen was ausprobieren. Ob ich jetzt geheilt werde, zum Beispiel. Nein, Talente überhaupt. Nice one. So, nice. Wir sind alle wirklich gestiegen anscheinend. Okay, erstmal will ich noch checken hier. Kann ich... Was Interessantes machen? Katze bräuchte ich jetzt eigentlich? Na gut, hab ich nicht, ne? Hab ich ja noch nicht. Was will ich denn machen? Ähm... So. Was mach ich denn hier? Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Uh, das ist praktisch. Variieren. Schreit alle Bewegungen im Faustkampf frei. Oh, ja, das hätte ich auch. Gerne. Variieren. Vitalität. Ja, ich glaube, das ist gut. Dann kann ich mir ein bisschen... Plus eins, ja. Plus ein Vitalitätspunkt ist halt echt wenig eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe jetzt. Äh... Betrunken. Ja, das interessiert mich nicht. Aber es spart mich vielleicht ein bisschen so Heilung, wenn ich lange, lange Wege laufe. Zweimal pro Tag. Gift. Ausdauer. Oha, hier hab ich schon alles. Da kann ich nur Silberentalente und Mutagene benutzen. Gucken, was haben wir hier noch? Starker Stil vielleicht, irgendwas. Mehr Damage, Bluten, Schaden. Gibt nur, wenn ich wenig HP hab. Ja, komm, ich nehm mal das hier. Und das da. Und das da erstmal. Gut, sollen wir erstmal reichen? Wir meditieren. Ah, genau, wir meditieren. Hier, Dämmerung. Das ist nicht, aber hier bis Mitternacht wieder. Zack. 19 Stunden, ja. Hockt er jetzt da rum. Erstmal will ich mal sehen, ob wir uns jetzt heilen. Und dann will ich sehen, ob das jetzt klappt mit der Mühle und so. Ja, wir haben uns geheilt. Sehr schön. Gucken, wie viel Gesundheit haben wir? 325. Das heißt, ich brauche 325 Sekunden, um mich komplett zu heilen mit diesem einen Skill. Ja, gut. Sollen wir mal machen, ne? So, mal schauen, ob das jetzt passt mit der Mühle und der guten Wessner. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu spät bin oder zu früh. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es klappt. Hm. Sieht nicht so aus. Ja. Komisch. Vielleicht bin ich zu spät. Ich weiß es nicht. Ich habe Wein. Ich habe doch die Quest nicht auch, oder? Heuer am See. Ja, ja. Ja, wo ist denn das? Hä, ist die Quest weg? Das ist nicht euer Ernst, oder? Behringer, Vargis-Vertrag, Ertrunkener-Vertrag, Ghoul, Salamandra, Faustkampf, Geheims und Hexer, gesucht. Hä, warum ist die Quest nicht mehr da? Das finde ich jetzt überhaupt nicht cool, ne? Oh, da gilt es einfach nicht mehr als Quest so. Hm. Muss ich hier vielleicht noch ein bisschen rumrennen oder so? Mühleneingang, ja, ich bin hier schon richtig. Oh, ist das vielleicht zu spät? Sonnenuntergang, meint die vielleicht Dämmerung eher so? Ah. Ich lasse jetzt nochmal ein bisschen Dämmerung. Mal gucken, ob das hilft. Ja, ich muss vielleicht so ein bisschen laufen, aber was weiß. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht, äh, ja, nicht verkackt, das zu triggern irgendwie. Was? Ja, hast du gesagt, der Mitternacht? Ja, Sonnenuntergang, hast du gesagt, nicht Mitternacht. Mal gucken, ich hoffe, das ist auch nicht zu spät, weil es hieß ja, am nächsten Tag. So, machen wir es mal so. Komm, so ein bisschen so noch vielleicht. Ja, ja, so. So, hier, hier so, ne, hier so ein bisschen. Kann man das so machen? So, ist halt schweigen gemacht. Das sieht doch nach Sonnenuntergang aus, langsam aber sicher. Mal gucken, jetzt laufe ich da mal hin. Vielleicht, ja klar, es soll vielleicht noch nicht so gefährlich sein wie um Mitternacht. Jetzt kann ich auch die Waffe nicht einfach so ziehen, weil, ne. Ist ja noch nicht, äh, ja, Geisterstunde sozusagen. So, ich hoffe, das geht jetzt. Ich bin nicht. Ich würde ungern wieder laden müssen, aber ich würde es trotzdem machen, wenn es sein muss. So, da ist die Mühle. Komm schon, Wesna. Ist sie das? Steht sie da vor? Ja, oder? Yeah, oh, wie cool. So, alles gut, Schätzchen? Endlich. Ich dachte schon, ihr kennt nicht mehr. Ja, ich hab's den Tag warten lassen, ne. Dieser Ort ist so gruselig. Habt ihr den Wein mitgebracht? Ja, natürlich doch. Hab ich vergessen. Das wär mies. Ja, komm, du kriegst den Edelstropfen. Meine schöne. Oh, danke. Ich fühle mich gleich viel mutiger. Würdet ihr mir die Mühle zeigen? Natürlich. Was immer ihr wollt. Schönheit vor Alter. Vielleicht sollte ich doch nicht. Ich könnte meinen neuen Rock schmutzig machen. Keine Angst. Wir Hexer haben auch dafür eine Lösung. Rock ausziehen, Schätzchen. Uh, was ist denn das für eine? Red Hat? Noch eine? Sieht aus wie ein leichtes Mädchen, wer mich folgt. Ja, was ist jetzt los? Ja, der ist ins Wasser gefallen. Oh mein Gott, wie gut. Oh mein Gott, die Besten. Oh yeah, wir kriegen wieder eine Karte. In der Mühle spuckt es wieder und die Alte geht davon ab. Haha, wie geil. Ach, ich feier das Game, Leute. Ich sag's euch. Und spätestens jetzt müsst ihr es auch sympathisch finden. So, Schnuggi ist schon wieder weg, oder was? Wesner. Wesner, ein neuer Eintrag. Abgeschlossen. Oh ja, geil. Ich will da mal rein, Menno. Na, was soll's. Gut, wir schauen uns erstmal die ganzen Infos an hier. Oh, wir haben richtig Kohle jetzt. Okay, es gibt nichts Neues über sie. Nö, ja gut. Dann ist es halt so. Okay. Ich will mich noch da hinten umschauen, weil da ist ja hier eine Höhle. Da ist, glaube ich, dieser Kollege von dem Leuwarden verschwunden. Das will ich mir auch gleich mal ansehen. Boah, ich hoffe, wir werden nicht zu krass gekloppt. Das war ja letztens übel heftig, wie wir das Mal bekommen haben. Ich glaube, HP habe ich jetzt so weit geskillt, wie ich konnte mit den Bronzentalenten. Ja, mögliche Salz ist das echt nicht wert. Also, Hexerleben echt irgendwie von der Hand in den Mund. So laut Büchern. Geralt war nie wirklich weich. Es ist ein hartes Leben. Schwer, wirklich in Geld zu kommen. Die Leute brauchen Hilfe, aber sind trotzdem knausrig. Eingang zur Höhle unter den Mauern. Ja, das wird so sein. So, gut. Ich habe das erreicht, was ich wollte. Wir haben mit Wesner geschlafen. Mit Wesner aus der Hood. Was auch immer in dieser Höhle haust. Freundlich. Ich habe halt keinen Katzentrank und da drin sieht es echt übel dunkel aus, fürchte ich. Tut mir leid, wenn ihr jetzt nicht viel sehen werdet. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das überhaupt überlebe. So, zack. Starker Stil. Oh ja, die Echinopse sind da. Die Echinopse. Ah, Sekunde. Ich glaube, ich verstehe gerade. Mal schauen. Ah, die 6 ist nicht die Anzahl der Schweilbetränke, die ich habe. Es ist... Hä, oder doch? Doch, es ist die Anzahl. Und es ist auch die gleichzeitig... Ne, hä? Okay, es ist auf jeden Fall die Taste. Die Schnelltaste 6 dafür, für dieses Schnellmenü, für diesen Schnellzugriff. Und es war auch gleichzeitig die Anzahl jetzt hier auch richtig angezeigt. Aber da habe ich immer noch nur zwei. Total komisch. Na, egal. Weg mit dir. Du, ungeheuer. Boah, seht ihr das? Das sind... Die wachsen halt so aus Leichen heraus. Echt übel. Weg mit dir. Ich bin Geralt. Ich haue euch so klump. Hier ist Gärtner Geralt. Ich stutz euch die Hecken. Okay, der Trank war jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig. Oh doch, die machen schon gut Damage. Eben, ich habe mich noch daran erinnert, dass die... ...ordentlichen Schaden verursachen. Na, komm. Werde gekloppt. Lass dich stutzen. Komm, Gehwald. Los, los. Kapitän. Keine Müdigkeit vorschützen. Da ist irgendwo noch einer. Jawohl, das ist schon der nächste. Schwalbe wirkt noch. Sehr schön. Boah, wie viele. Weg mit euch. Ja, und hier. Ah, noch eins. Uff, gut, dass ich Schwalbe genommen habe. Doch, das nützt es mir jetzt gerade. Ja, Alchemie ist hilfreich. Stand ja in der Schwierigkeitsbeschreibung. So, haben wir es jetzt dann bald mal? Was spawnt hier noch irgendwann? Boah, hier ist halt... ...hier ist halt nichts, ne? Ist einfach nur schwarz. Oh, noch eins. So. Stunde 36 hält Schwalbe noch. Easy. Boah, wie viele. Weg mit euch. Ihr Unholde. Was haben wir da? Oh, Mensch für Überreste. Questgegenstand. Verfallene Mensch für Überreste. Ja. Leider ist der Freund von Lawarden tot. Ich muss den Gefährten von Lawarden beerdigen. Ich sollte mit dem Händler reden. Oh, boy. Da ist noch eins. Los, Gerald. Gib ihm. Jawoll, immer Rinder. Was war was für mich? Nö. Keine Überreste. Ja, gut. Schade, schade. Ja, sein Freund ist tot. Leider. Was ist das für eine Beleuchtung? Hier ist hell. Hey, kann ich da durch? Und da nicht. Na ja, gut. Hier ist stark finster. Hey, ich habe Angst. Was ist das für ein Sound? Was ist das für ein Gunzen? Lasst mich. Hilfe, lasst mich. Hier kann ich auch nicht durch, wie es aussieht. Ja. Schade, schade. Ja gut, dann ist das halt so. Schnell raus hier. Hier wohnt bestimmt noch schlimmeres Zeug. Gut. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Feuerstille, Nieswurz, blablub. Okay. Milaborator, Lagerfeuer, Müllator, Mühle. Okay, wir laufen es einfach mal so weiter hin. Mal gucken. Genügend Zeugs, ja. Ich will erstmal, wie gesagt, die Bargästenschädel abgeben. Oh, aber ich sehe die Folge. Die Folge wird lang genug. Ich werde hier einen Cut machen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Hexer, mit mir und mit dem Let's Play. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal bei The Witcher. Haut rein!